Hallo, grüßt euch Pack Attack Fans. Wir sind heute in der Traun in Laumbach, am sogenannten Traunstau 3. Da hätte man gesagt, ich gehe ein bisschen auf Veröhn, auf Barsche, auf Eil, auf Barsche. Da habe ich ja in dem Wasser, die haben super Regeln, da ich in dem Wasser leider erst ab Mai Spinn fischen darf, nehme ich eine andere Montage für Veröhn. Und zwar auf der Hauptschnur ganz normale Schrottblei angezwickt, 3 Stück. Dann das Vorfach, das ist ein ganz normales Fluorocarbon, das ist wie 20er Stärken. Und dann unten, uh lecker, ein Haken mit einem Wurm bestückt, einem sogenannten Mistwurm. Und das schieße ich ganz einfach raus und kurbel es langsam ein, mache ein paar Zugbewegungen und dann schauen wir, ob eine geht. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020